Und wie soll ich mich in den Eindern zurechtfinden? Ich spreche ja kein Pirisch. Stimmt, aber der Priester, in dessen Verstand ihr reisen werdet, tat es. Ich hoffe, das genügt. Und selbst wenn nicht, habt ihr immer noch das Echo. Bisher hattet ihr ja keine Probleme, die Visionen zu verstehen. Vielleicht ist das hier nicht anders. Und wo finde ich das Relikt? Das heißt, wir müssen zu dem Anwesen dieses Mannes reisen und ihm das Wort der Toten entwenden. Es genügt, wenn ihr es auf den Pyräer anwendet, die Erinnerung findet und wieder zurückkehrt. Unser Plan sieht vor, dass ihr gemeinsam mit Dalvarek zu dem Anwesen reist, und zwar nachts. Ihr läutet die Türglocke, gebt euch als Artefakthändler aus und bietet dem alten Mann das hier an. Wenn alles gut geht, bietet er euch ein Quartier für die Nacht an. Dann wartet ihr den richtigen Moment ab, sucht das Wort der Toten und holt den Pyräer zu euch. Kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Eine gute Frage, aber nein. Der alte Mann ist besonders. Selbst die Lichtgeborenen befahlen stets, ihn unbehelligt leben zu lassen. Weiß der schwarze Wächter warum. Wenn wir ihn schon betrügen müssen, dann wenigstens unauffällig. Deshalb seid ihr auch für die Mission so gut geeignet. Weder euer Gesicht noch das des Söldners wird man mit dem Orden in Verbindung bringen. Und wie genau, wenn ich das dort der Toten nun an? Tja, das ist ein guter Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht einmal wissen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie heißt es so schön? Panieren geht über probieren. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und selbst wenn nicht, es klingt allemal nach Abenteuer. Es ist eine große Verantwortung, macht euch das bewusst. Aber ich habe Vertrauen in euch beide. Jetzt brecht so bald wie möglich auf. Die Mission wird Früchte tragen. Das spüre ich. Gut. Und wechselt sie. Brechen wir auf. Triff mich einfach bei Myraden an der Steilkleppe. Ich gehe noch meine sieben Sachen packen. Gut. So. Wo ist der mir gerade in der Steilkleppe? Nebelheim. Ach da. Hier waren wir doch schon. Stimmt. Gut. Ah. Ach da war das. Ja, 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 ja. Okay, da können wir wieder hinfliegen. Würde ich sagen. Wie kommen wir jetzt hier raus? Sonntag. Perfekt. Bevor ich da wieder durchs Haus irre, gehe ich lieber so irgendwie raus. So, ich würde sagen, wir gehen da gleich mal hin, oder? Und hier Quests haben wir. Müssen wir noch Eier sammeln. Bauerndruz, nee, nee. Soll ich denn jetzt da reingehen? Wo geht es denn hier hin? Für Tiere? Nee. Also da muss ich ehrlich gesagt nicht hinfliegen. Erstmal will ich meinen Dolch fertig machen. Den machen wir fertig und dann fliegen wir dahin. Das ist ein guter Plan. Und dann können wir da ein bisschen erkunden auch noch. Denk ich mal, mal schauen. Soll wir noch stoßen werden? Skarak. Ja, ja. So. Sagt sie jetzt was? Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja. Scheinbar ist der Großmeister ja ganz bekannt. Ich bin begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Ja. So bin ich dran, Schlampe. Hallo. Gibt es etwas? Oh, nichts mehr mit ihr seid ihr nicht erwünscht. Ja, aber noch stöhnen. Penner. Hab ich gehört, ja? Den hier. Ach, geh mir da lang. Ah, wieder Running Simulator hier. Find ich den Wegweiser da oben nicht oder bin ich? Oder ist da keiner? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Wenn ich das erste Mal, dass ich irgendwas dumm vorbeilaufe oder nicht finde. Was eigentlich ganz easy ist. Wenn ich das erste Mal habe, dann geht es weiter. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. So. Wieder die Ausdauerspann. Wegelose. Wegelose. Maul. So. Hm. Ein Fremdenviertel war so ein Ofen, glaube ich. So. Übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, den Monitor, bin ich auf 60 jetzt gestellt. Aber, ja, bisher ist ja noch nicht alles explodiert. Insofern, mir zu faul noch zu machen. Oh, ich weiß, was ich nicht vermisst habe. Heutzutage. Warum habe ich sie noch nicht umgebracht? Warum? Ein Pfeilchen mittlerweile. Ist einfach nur... Und dann... Psch. Ist er weg. Schmelzer. Geh da weg, mein Schmelzer. Malachitbarren. Ein Stahlbarren können wir auch noch machen. Du 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 du. Warum muss das Zeug so teuer sein? So. Dann brauchen wir einen Scherfstein. Und dann können wir den Ruhn durch. Genau einmal. Oha. Fünf Schaden mehr. Wir sind schon auf Edel. ach stimmt wahrscheinlich weil wir die handwerksfähigkeit ausgebaut haben verbessern wir unsere sache noch besser nice holy shit das ist denke ich ein bonus gegeben oder also 21 ansonsten zum herstellen gibt es jetzt gerade nichts interessantes oder eine rune streitkörbe mit axekömmischen herstellen bergbank brauchen wir nicht verbessern so haben wir das auch erledigt dann zum myraden wegweise ich suche einen weg weil sie da mehr tempel ackerhafen so dann in der steilküste waren wir schon da kennt man sich schon aus der theoretisch wäre es effektiver gewesen wenn wir die quest wir waren da glaube ich wegen diesem händler da der am anfang eingangs stand und seine schwester wenn es dann erst mitgemacht hätten wir jetzt da eh hin müssen aber so jetzt sind wir hier am hafen da waren wir noch gar nicht oder dann schauen wir uns mal den hafen an würde ich sagen servus ach ja ich habe den adelischen ausgenommen haha so schick oh das ist auch cool das ist auch cool keine ahnung gefällt mir ich werde wieder wachen hier und welche noch oh ein aussichtsturm nice geh hoch geh hoch oh cool 16 von 100 leider ist ja so eine dumme statue im weg da kann man die aussicht gar nicht so schön genießen wie man sich das wie ich mir wünschen würde leerer schrank ne hässliche wand so vielleicht gibt es ja noch ein questchen für uns naja da gibt es nur zwei hässliche wachen Matrose ahoy ahoy komm mal nicht lang ahoy ahoy mhm ahoy schade nicht so viel los wie ich mir das wünschen würde sieht schick aus hier aber da sind nur drosen die einfach nur ahoy sagen und statt wachen und dann kommen wir hier auch noch mal hoch der vollständigkeit halber naja hat sich jetzt nicht so gelohnt kein magisches Symbol hab ich mich auch gewundert also der Hafen ist irgendwie mehr Deko hab ich das Gefühl so wo geht es jetzt hier lang schauen wir mal was hier noch so zu entdecken gibt ich dachte das zu abbauen kurz einen Augenblick lang sicher werden wir gleich von Banditen überfallen noch ein Bötchen schauen wo der Weg hinführt erstmal außer zu den Banditen natürlich und zu den Wölfen das ist doch hier noch ein anderes Ziel ich sag's und da kommen sie was war das da gerade ihr wurdet infiziert oder was mit Wundbrand na super kann man das ja auch irgendwie einsehen Wundbrand aha haben wir was gegen Wundbrand diesen Hammer gibt's auch was was direkt gegen Wundbrand ist oder so ne wäre so ein Trank halt wir könnten theoretisch uns heilen lassen irgendwo aber das war mir jetzt irgendwie auch zu blöd so lange wir die Tränke haben und da ist das Spiel abgeschmiert es gibt ein paar zwei juhu mit mü das ist